bleibt stehen übrigens dass diese blöcke so aussehen ist nicht vom server so sondern tatsächlich von mir oder heute spiel mal wieder wie ihr sehen könnt eine runde minecraft und ihr seht auch schon richtig auf 2 million ich habe immer gesagt kommen ich war jetzt schon ewig nicht mehr auf diesem server drauf wir gucken einfach mal was sich hier so geändert hat und ich sehe einfach und hat sich gar nichts kennt also jetzt von tom design her meine ich machen wir mal schön alles zu ohne dass wir die wackel hinpacken ich habe natürlich auch wieder ein shader darin wie ihr sehen könnt ja auf jeden fall im hallo ich will rennen danke ja wir sind wieder weg beziehungsweise ich noch den rang ja ich habe dann noch genau wie immer wollten ja ganz viel brot und sowas machen können wir tatsächlich auch mal machen indem wir jetzt einfach mal weizen sammeln ach so ich habe auch alleine ein bisschen gezockt zwar habe ich hier so was gebaut oder wollte so irgendetwas bauen was aber nicht ganz so geil funktioniert hat und das will ich jetzt einmal wieder abbauen er mich wollte da irgendwie so machen auch man dass die schweine praktisch hier unten irgendwie spawnen also praktisch hier so wie jetzt jetzt ist hier gerade eine gespawnt aber funktioniert nicht so ganz dann bauen wir das hier einmal nämlich wieder alles ab hier hier spawnen die nämlich aber das funktioniert alles nicht so ganz wir müssen mal kurz wieder alles abbauen so gehen wir mal kurz hoch und bauen das da oben ab dann machen wir das eben und dann machen wir die bäume so was alles also ich habe auf jeden fall wieder bock hier ein bisschen zu spielen auch op sucht ich habe auch darauf bock allerdings hatte ich gerade einfach mehr bock auf diesem server einfach zu gucken was hier so passiert ist auf jeden fall wird auch von minecraft op sucht als von op sucht videos kommen wann die kommen das ist halt eine frage ne nehme es auch auf op sucht habe ja auch gar nichts das heißt von dort also da kann ich dann auch wirklich komplett ohne irgendwas schon was ich habe anfangen ich merke gerade habe zu wenig zäune egal und ja auch auch dürrt sich gerade habe ich ja auch nicht egal ich habe auch vor gehabt einen eigenen server zu machen aber das problem ist halt die reichweite also welche menschen kommen jetzt da wirklich drauf und welche halt nicht ne ich mache auch nur dass das hier so weg ist und ab hier mache ich dann jetzt wieder dort dann muss ich nämlich nicht alles abbauen was ich aber mache ist das ja immer füllen weil ich weiß nicht ah ne können die gar nicht ne aber ich führe das trotzdem so okay so zack 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 okay so hier ja weg du schwein boah hier sind ja 16 schweine oder so töten wir die mal kurz alle hier ja mal ich fahrverlieg gleich weiter habe ich in meiner bec noch dort drin negativ rüstung warum habe ich denn hier rüstung drin egal ne ich habe aber tatsächlich gar kein dirt hier mal drin egal dann mache ich das einfach gleich zu das sah sowieso hässlich aus was ich dahin gebaut habe also einfach nur schmutz nicht eigentlich durch die auch erfahrungsgute nö durch diese schicken du wurdest von ihm selber gekriegt weil du afk warst ich war nicht afk ach man aber immerhin haben die dagegen was getan weil es gibt viele menschen glaube ich die einfach so afk mal rum standen das ist glaube ich weil ich einfach zu schnell so gemacht habe deswegen kam gerade so ein capture finde ich aber sehr in ordnung wenn ich mich nicht bewege also so wie jetzt wenn ich jetzt stehen bleibt dann kommt das capture bei mir ach jetzt habe ich erfahrung mit den kriegt jetzt bleibt doch mal stehen blödes schwein ja richtig so aber nicht so nur noch zwei stück und das letzte ich hasse diesen cooldown jedes mal kann man nicht direkt schlagen weil wegen dem cooldown was 71 schicken sind hier gib mir die erfahrungspunkte das problem ist bei diesen dingern die holen mal ab geh auf deine seite wenn ich jetzt hier einen block hin mache gehen die rüber ne geht mal weg hier holter ich hab das ja nur gemacht um xp zu farmen warte ich muss jetzt mal kurz dirt holen weil das sieht scheiße aus hallo was mach ich denn ey durch so ok gehen wir mal kurz dirt holen müsste sogar im lager sein jedes mal platziere ich diese lampe da mhm fleisch 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 hier fleisch kriege ich so viel fleisch durch diese ganzen schweine und sowas bruchstein 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 habe ich doch habe ich noch diamanten hier drin oha ich habe ja noch ein stick und zwei ich habe auch ganz viel rüstung einfach noch op rüstung ich habe verzauberte goldäpfel also vier op äpfel praktisch ähm bruchstein ich suche bruchstein ja das ist nicht hier ne ne gut dann gehe ich halt hier rein in die blöcke hier müsste bruchstein sein da ach das ist doch erde oh bin ich blöd egal so jetzt haben wir hier noch eichenstamm wie viele eichen eichenstamm habe ich denn noch oh ja ok ja eigentlich noch ausreichend ne sollten wir aber auch mal wieder langsam nachfüllen so federn habe ich hier auch federn irgendwo ich glaube nämlich schon ah hier ist auf jeden fall erde also ein stack brauche ich jetzt nicht wir packen die federn einfach hier rein so gut dann gehen wir mal wieder hoch und wiesen die tür und äh gehen hier in die richtung ich wollte schon wieder in die andere richtung gehen und tun dann einmal hier das fertig machen so oh junge ich verklicke mich die ganze zeit so zack 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 so ok nochmal wieder day weil das ist scheiße wenn es nachts ist dann sehe ich nämlich nichts beziehungsweise für video für das video ah jetzt hätte ich auch einen zaun mitnehmen können oh dann töd ich hier mal kurz die äh ganzen hühner hier so wird doch still höh oh ich hasse das den hinterher zu jagen oh ne ich hab keinen bock 70 leute äh 70 dinger zu töten aber schweine die kann ich kippen so ok bleib still jetzt kann ich die killen ob ich auch mal treffen würde wo sind die jetzt schon wieder hin ah ja komm ich lasse die jetzt in ruhe alter das ist ja nervig so gehen wir einfach mal zu den bäumen und dann zum weizenfeld was ich eigentlich machen wollte hä wie kommt denn da ein schwein hin hallo ihr schweine habt hier nix verloren weg mit dir weg mit euch weg mit euch nein übrigens dass diese blöcke so aussehen äh ist nicht vom server so sondern tatsächlich von mir oder hier die bäume ne die sehen äh so aus weil ich so ein shaler drin hab dass es einfach realistischer aussieht so den habe ich jetzt gefällt ne oh ein setzling ja die brauche ich so zack zack das coole ist man kriegt ja auch dadurch money also geld ich habe jetzt 425.000 absolut keine ahnung was ich damit machen soll aber ja egal so jetzt habe ich alles abgebaut jetzt müsste eigentlich die ganzen bäume verschwinden mal sehen ah da ist schon sticky stick stick da können wir im aha shop gucken hier gibt es absolut gar nichts mehr drin zieht die bild auch zu uns aus also hier gibt es einmal einen schutzraum verkauft er denn das das habe ich doch schon also irgendwie gibt es ja anscheinend nichts mehr so was geiles drin boah 12 millionen 390.000 ja aber das brauche ich ja alles nicht schnüffle ein nee okay ist nur schmutz drin oh das coole ist hier sind auch äpfel und daraus mache ich dann einfach goldäpfel jetzt halt ich habe kein gold so apropos goldäpfel ich muss mal kurz was gucken weil ähm ich wollte ja eigentlich verzaubern ne ich brauche mal hier das Buch ich muss mal gucken was hier so drauf kommen kann weil für das schwert hier plünderung 3 schärfe 2 und halbbarkeit 1 habe ich da drauf und das ist halt einfach ein klackschwert so gehen wir hier mal in meine blühten Dinge rein effizienz 3 effizienz 3 ist gut ne ah ich habe effizienz 4 ah ne ich muss sie ja so ich muss ich kann hier auf diese spider-man kits nichts drauf packen das heißt diese ganzen teile hier die bringen mir eh nichts weil ich hier keine verzauberten sachen drauf machen kann sondern nur auf äh eigene das heißt effizienz 3 ist eigentlich ganz gut ich glaube ich hole mir dann auch effizienz 3 sobald ich dann ähm die 30 Level habe und bei diesen ganz vielen Hühnern ist es eigentlich kein Problem so es wird schon wieder nacht ey time set äh nee nicht time set redder video come on hallo ihr chickens jetzt muss ich hier praktisch ein capture machen man die stacken sich ja alle das ist so kacke egal komm her oh man ey das ist so anstrengend diese Hühner hinterher zu rennen aber durch die kriege ich tatsächlich meine XP jetzt haben die sich da wieder rausgedingst ey ach egal ich gehe jetzt zum weizenfeld muss glaube ich mal ein bisschen ah warte ich muss mal hier kurz Bäume wieder hin platzieren so zack okay gut jetzt fahren wir mal eben kurz weizen also essen und so habe ich genug wie man hier sehen kann könnte sein dass ich jetzt gleich wieder rausfliege weil ich das zu schnell mache aber egal so zack bam 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 ja mein Inventar ist schon wieder voll nee der kann gar nicht voll sein jetzt ist er voll okay so hier noch irgendwo weizen rumliegende gut dann mache ich jetzt hier wieder das wobei das mache ich ausgebend einfach neu Leute wenn euch dieses Video gefallen hat lasst gerne mal ein Like, ein Abo und ein Kommentar da schaut außerdem auf meinen Discord server vorbei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt schaut außerdem auf meinem zweiten Kanal vorbei der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt ganz oben klickt da drauf ich reakte da einfach ein bisschen auf YouTube Shorts würde mich freuen wenn ihr einfach mal da drauf gucken würdet mich abonnieren würdet und einfach euch die Videos anschaut haut rein Leute euer Sandro ciao ciao o o o o o Untertitelung. BR 2018